Oldtimer treffen Käfer. Ganz verschiedene Autos aus dem letzten Jahrhundert gibt es beim Käfer-Treffen auf der Mühlenweide in Ruhrort zu sehen. Hier kann man sein eigenes Fahrzeug präsentieren, Ersatzteile kaufen oder einfach gemütlich zusammen sein. Zum 15. Mal veranstaltete der Stammtisch Käfer & Co. Rheinruhr die Zusammenkunft der Käfer- und Oldtimer-Fans. Jürgen Scholl ist Mitglied beim Stammtisch und schon seit langer Zeit ein großer Käfer-Fan. Ja, ganz klar, ich war als junger Mensch oder als Kleinkind bin ich von meinem Opa mit einer 100.000-Kilometer-Plakette beschenkt worden und da fing eigentlich der Virus schon an. Ich habe mich sozusagen, da war ich schon infiziert, hat natürlich dann noch bis zum 34. Lebensjahr gedauert und dann habe ich mir einfach so ein Auto gekauft. Ein Auto, das für viele bis heute noch ein Phänomen ist. Die Mühlenweide bietet genug Platz, um die vielen Fahrzeuge zu bestaunen. Für die Menschen hier sind es ganz besondere Autos und ein ganz besonderes Gefühl, damit zu fahren. Das Besondere am Käfer ist einfach die Ursprünglichkeit. Wenn man im Käfer fährt, dann ist das so wie so ein Diorama. Man fährt eigentlich mit so einem Auto, was aus einer anderen Zeitepoche ist. Das ist aus den 30er Jahren entwickelt worden. Es ist einfach eine einfache Technik und es funktioniert. Einfache Technik, die begeistert uns zusammenführt. Und das hoffentlich auch noch die nächsten 68 Jahre.